Was ist das, was du mit dem Preis nicht so einverstanden hast? Das war wie ein Science Fiction Film, also toll. Muss ich ehrlich mal sagen, sowas habe ich noch nie gesehen. Einwandfrei. Also da, wo man wirklich mal vielleicht ein bisschen angeeckt ist, das wurde dann kam sofort ein Dolmetscher, der das dann hundertprozentig übersetzt hat. Also ich bin total überrascht, also wirklich sehr schön hier. Also Angst, glaube ich, braucht man hier keine haben. Erstens diese kurze, eigentlich diese kurze Behandlungszeit, also einmal eine Woche und einmal zehn Tage. Ich meine, kann natürlich auch länger sein, weil bei mir waren es nur einmal zehn Tage und eine Woche. Und ich bin fertig. Hallo. Und toll. Also bei uns hat das Dienstjahr, da läuft man dann jeden Tag zum Zahnarzt, ein Jahr lang oder so. Und man weiß es nicht. Hier war es sehr kurz und effektiv. Ich bin sehr zufrieden. Es drückt nichts, es tut nichts weh. Ganz tolle Behandlung. Ganz ehrlich jetzt.